Peter Altenberg Unser Opernhaus Ein Freund sagte zu mir, »Komme mit zu Tristan und Isolde. Du hast die neuen Dekorationen von Roller noch nicht gesehen. Ich lade dich ein auf einen Parkettsitz. Wenn ich dieses heilige Haus betrete, dem ich die süßen Schauer in meiner Kindheit verdanke, dieses Wirklichkeit gewordene Märchenhaus, diesen edlen weiten Saal, in dem ich einst fast angstbeklommen kommender Dinge lauschte, bin ich immer so gleich ergriffen und gerührt.